Ich habe jetzt gerade eben, habe ich mir das Finale vom Major angesehen, von StarCraft. StarCraft sage ich schon, von Counter-Strike. Bei Trillux. Und das Geile ist, bei Trillux, ich habe, glaube ich, so fünf, sechs Mal immer wieder reingeschaltet, während ich mich fertig gemacht habe. Und jedes Mal, wenn ich reingeschaltet habe bei Trill, ging es um Toilette oder Durchfall. Wo ich den Durchfall meines Lebens hatte. Das ist so wichtig. Ich glaube, Crunchy ist einfach immer da und wartet nur da drauf. Dass wir über sowas reden. Das geht so umschechend. Ich muss gar nicht, ich muss gar nicht gewöhnen. Du bist ein Freak, du redest immer darüber. Nein, das stimmt mich an. Also wirklich, das, was mir gerade widerfahren ist, wünsche ich meinem schlimmsten Feind nicht. Ich kann aber die Sprachnachrin abspielen. Ich spiele mal mit den Sprachen, joha. Ich habe nicht mal auf dem Klo Platz genommen. Ich werde jetzt in aller Seelenrunde einfach nur scheißen. Wie gesagt, ich esse jetzt nie wieder, nie wieder, esse ich ein Fleisch dünn, Alter. Nur noch viel abverlaffelt, Alter. Das heißt, die ganze Zeit im Hintergrund lief dieses Major. Alle ballern sich ab, die Kommentatoren rasten so voll aus. Und die ganze Zeit hat Drill davon erzählt, dass er Durchfall hat. Ich weiß aber nicht, warum. Aber war nice. Ich habe mich sehr unterhalten. Ich habe es sehr gerne zugesehen. Nein, ich habe es sehr gerne vermutet.